Ist die Welt bereit für Elefanten Peach? Das ist heute die Frage, die wir uns in Super Mario Bros. Wonder stellen. Aber vorerst machen wir so eine kleine Verstaufspause. Flick Rolf. Herzlich willkommen zurück! Und ja, wie gesagt, Peach ist heute dran. Beim nächsten Mal kommt der ganz neue Premiere-Charakter, Daisy. Daisy. Auch drin vor. Ja, viele Daisy-Fans existieren ja mittlerweile. Ach, warte, da muss man schnell sein. Warte, eins, zwei. Und dann komme ich hier frei. Achso. Ja, Daisy ist mittlerweile auch spielbar. Und was war das gerade für ein Wandsprung? Besser als Mario. Ah, und das war schon die ganze Challenge. Ja, easy. Gute Aufwärmphase für heute. Ähm, ja, Daisy ist auch spielbar. Und das ist halt ein großes Ding für die ganzen Daisy-Fans. Aber auch einen Daisy-Fan, zumindest einen. Auf dem Kanal. Und ist hier ein Secret? Ja, lol, Tatsache. Hä? Ist das jetzt eine tolle Aussicht? Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Wir treffen uns doch gerade das erste Mal, ja? Oder kennt ihr mich etwa? Äh, ja, du bist doch Captain Toad. Ich war ganz auf meine Schatzsuche konzentriert, als ich plötzlich in einen Sturm geraten bin. Schätze habe ich hier nicht viele gefunden, aber der Ausblick ist toll, oder? Ach ja, während des Sturms wurden mir 50 Blumenmünzen direkt in die Arme geweht. Die können euch sicher helfen, wenn ihr gerade ein Arbenteuer erlebt. Äh, ja, gut, danke. Danke für das Trinkgeld. Man kann hier so ablucken und ist das einfach so ein Foreshadowing auf eine andere Welt? Es scheint so. Cooles Secret. Wie darf. Gut, wir sind wieder in Welt 1 und wollen heute ja, die erste Piranha-Pflanze bekämpfen, oder wie auch immer das gemeint ist. Und zwar mit 10 Wonder Seeds darf man Warte, darf ich passieren? Nee. Darf man hier das Level freischalten? Und das hat was mit Wiggler zu tun. Über Stock und Stein Wiggler rennen. Wiggler rennen? Okay. Bist du nicht in Mario Kart? Mittlerweile? Was machst du denn hier? So, wir treten gegen den Wiggler an. Halte beim Laufen Y gedrückt, um zu rennen. Erreiche das Ziel vor dem Rennwiggler. Ja, und nebenbei noch Coins einsammeln, oder wie? Oder gibt es nur einen Seed hier? Ist das so ein Spezial-Level? Oh Gott, der ist schnell! Komm, Peach! Du bist doch in Mario Kart 64 immer die schnellste gewesen. Warum denn nicht auch hier? Oh, das sind diese schnellen Plattformen. Ja, das ist noch ein neues Element. Von dem habe ich so ein bisschen Angst. Da können fiese Level später kommen. So, auf die Münzen scheiße ich jetzt mal. Ich versuche so gut es geht hier durchzukommen, aber hier verliere ich ein bisschen den Ansprung. Gut, der Wiggler kann uns nicht hitten, der ist so auf der anderen Seite und auch er braucht hier seine Zeit, alles klar. Äh, irgendwie haben wir den Wiggler abgehängt. So, ich versuche jetzt den Flagpole so schnellstmöglich zu finden. Aber wenn man das Level halt nicht kennt, ist es halt schwer, ne? Wenn man auch noch schnell rennen muss. Ah, der Wiggler kommt! Der Wiggler hat aufgeholt. Aber hier ist das Ziel. Okay, wir haben gewonnen. Hat eine Minute gedauert? Ja, kam mir ein bisschen länger vor. Aber er ist ein fairer Sportsmann. Auch wenn er verloren hat, übergibt er uns die Trophäe. Einen Wundersamen. Okay, auch wieder mal cooles Level, aber ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt. Ich schaue noch schnell, gab es da Coins? Wir haben einen Wiggler-Rennen gewonnen. Eine Spezialität des Blumenkönigreichs. Und Wiggler war sogar so nett, uns zum Sieg ein automatischer Superpilz-Abzeichen zu schenken. Was? Durch dieses Abzeichen erhältst du die Effekte des Superpilzes, wenn du ein Level beginnst. Okay. Bist du das gleich verwenden? Äh. Ja, aber... Ah, ne, 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 du, ne, ne, ne. Ich will schon mit dieser Mütze erstmal bleiben. Also es gibt halt so Support-Abzeichen, die kann man auch hier einfach ändern, dann sehen wir das auch mal. Ja, kriege ich einfach einen Pilz, ne. Dann kann ich das Level immer als Groß starten. Okay, ja, aber ich will doch das hier bleiben. Weil das Prinzen. Er empfiehlt mir das. Ja gut, ich will aber das hier. Der Prinzen ist mir egal. Die Prinzessin entscheidet. So, speichern kann man auch ganz easy hier. Oh, das sieht so schön aus. Die Formen, alles ist so bunt und... Ha, ha, Nintendo. Großen Dank für dieses Spiel mal wieder. Wenn man sich halt nur Zeit lässt, wie gut Videospiele sein können. Sowas geht halt einfach in der modernen Zeit verloren. Die Zeit. Nehmt euch die Zeit, Entwickler. Oh nein. Sie haben sogar den örtlichen Palast erobert. Dort wird einer unserer wertvollen Königsamen aufbewahrt. Wir müssen etwas unternehmen, bevor sie ihn für ihre schändliche Specke verwenden. Ja, das werden wir tun, aber nicht direkt. Ich will zuerst die Level sehen. Oh, was? Vier-Sterne-Schwähigkeit? Galopteros Stampede. Okay, und lass mich nur schnell bei den Leveln noch dieses Wiggler rennen. Hatte das keine Coins? Ne, aber das hat noch ein... Versteckt nur an, das sieht er. Hä, oder was ist das da oben? Warum leuchtet das da? Check ich nicht. Hm. Ach so, ist das so die Krone des Schlosses. Ja, das kann sein. Dieses Zipi-Ding da oben, was da so wackelt bei L&R. Ne, aber das Wigglerrennen ist komplett abgeschlossen. Alles klar. Ja, dann versuchen wir mal diesen schwieriges Level. Wenn ein bestimmter Level dir zu viele Schwierigkeiten bereitet, lege eine Pause ein. Ja, das klingt vernünftig. Oh, okay. Ich sehe schon die Schwierigkeiten. Hier muss man halt exakt springen. Ach so! Und das startet direkt mit einem Wander Seed. Oh Gott. Dann mache ich mir hier mal sehr gemütlich. Warte, man muss halt auf alles achtgeben. Da, da war die Münze. Kriege ich die jetzt noch? Ne, irgendwie nicht. Und die habe ich auch verpasst. Man darf das hier halt auch nicht verpassen. So, die Power. Nein, nein, nein. Jetzt läuft das Ding weg. Oh mein Gott. Warum kommt der jetzt dieses Schleimding da? Okay, das mit den Kreuz wird schwer. Das mit den Kreuz wird schwer. Oh Gott. Oh nein. Was ist das für ein Level? Kann man da noch rein? So, können wir hier ein bisschen atmen? Gut, das mit den... Okay. Ja, da konnte man wirklich noch rein. Widerf und wie? Ich habe keine Ahnung, aber... Okay. Vier Sterne sind anspruchsvoll. Definitiv. Oder konnte man da nicht rein? Keine Ahnung. Gibt vielleicht schon ein Secret Seed. Keine Ahnung, aber... Boah, die Zehn Münzen... Äh, die Zehnermünzen da zu holen. Huh. Ja, ein andermal. Wenn wir ein bisschen weiter eingespielt sind, weil das war doch ein bisschen heftig. So, jetzt kommt das Abzeichen Klimmsprung 1. Was passiert hier? Einfach ein besserer Wandsprung? Braucht man vielleicht auch in dem Level. Wer weiß. Abzeichen Test. Springe gegen die eine Wand und drücke dann B, um einmal direkt nach oben zu springen. mhm, okay. Achso. Ah, okay, ja. Da funktioniert der Wandsprung ein bisschen anders. Gib mal den Pilz her. Okay, ich dachte, der sei... Die spawnt wie früher in den Gameboy-Teilen. Da war das halt immer der Fall oder sogar auf dem NES. Wenn der Pilz aus dem Bild war, dann war er halt auch weg. Hatte natürlich was mit Rechenleistung zu tun. Das hoffe ich mal, dass das bei der Switch nicht mehr existiert. So, komme ich da an die Coin ran. Genau. Ja, gefällt mir auch nicht so, ne? Man muss da so ein bisschen seinen Play-Stil erkennen. Ich bevorzuge im Moment die Mütze. Not gonna lie. Und jetzt falle ich ganz wieder runter. Das gäbe es doch nicht. Ah, ich bin ein Dussel. Verzeiht mir das, bitte. Ja, ja, ja. Du hast recht. Immer im Kopf behalten in der Ruhe liegt die Kraft. So, muss ich hier hoch, wenn ich da hin will? Nee, warte, wie komme ich da hoch? Da sind noch Münzen. Ach, und da befindet sich noch die letzte Münze. Aber, hä, wie soll ich das denn machen? Warte, ich... Kann man das irgendwie noch besser machen? Ja, beeindruckend. Beeindruckend ist, wenn ich an die Münze da kommen tue. Liebes Blübenlein, oder ist hier was versteckt? Ach, halt doch mal die Schnauze, Mann. Das ist nicht beeindruckend. Das ist absolut schlash. Alle Let's Player Kollegen, die das Spiel gerade zocken. Es tut mir leid. Schaut mal am anderen. Äh, nee, wie kommt man denn da hoch? Hä? Das Spiel will mich trollen. Oder gibt es so ein... Nee, es gibt nicht so ein... Ach so, man kann noch ein Doppel... Ach so. Warte, man muss halt ganz bei der Wand bleiben und dann kriegt man auch die... Okay, alles klar. Und das muss man auch machen, um den Wundersee zu kriegen. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Nee, wobei, einfach rennen geht auch. Ja. Äh... Das Projekt wäre mal kurz geplant als Facecam-Projekt, aber... Die Grimassen, die ich hierbei ziehe, die will keiner sehen. Bei dem Skill... Naja, Skill kann man das jetzt nicht nennen, ne? Aber gut. Wenn es uns irgendwann mal zu kompliziert wird. Wobei, die Yoshis haben so einen Flattersprung. Weiß nicht, ob das jetzt hier geholfen hätte. Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendest, geschenkt bekommen. Sollen wir es anlegen. Nee, du, davon bin ich auch kein Fan. Ich mag dieses Mützen-Upgrade. So, und hier gibt es noch eine Secret-Welt. Blick in die Sterne. Was heißt das denn? Interessierst du dich für die Sterne eines Levels? Level, die viele Sterne haben, können eine große Herausforderung sein. Aber lass dich davon nicht abhalten. Ja, du... Wir haben es ja geschafft, ne? Oh, was? Hier sind nur schwere Level. Ja, dann lass mal zuerst hier die Stufe 2 erlegen. Warte, ist hier auch wieder ein Secret. Ja? Wo zum Teufel sind wir hier gelandet? In der letzten Welt? So, und du hast wieder, ja, 50 Münzen für uns, aber... warum furchtet man das denn halt so? Das sieht wie die letzte Welt aus, ne? Okay, Peach entdeckt eine Menge neue Welt, denn die kennt halt das Blumenkönigreich. Das ist die Herkunft von Daisy, ne? Das ist nicht das Rassra-Land. Obwohl Daisy ja da auch was wappende Blume hat. So, Spike versteckt im Senkröhrental. Oha. Keine Ahnung, warum waren da die zwei Münzen? Versteckt nix, ne? Nö. Ah ja, und Peach kriegt nicht den Regenschirm, sondern sie hat auch jetzt so eine Mütze. Daisy übrigens auch. Voll wild. So, ich teste hier jede Röhre, aber da ist nix drin. Gut, zwei Sterne ist noch ganz angenehm. Das ist, glaube ich, das Level, auf dem ich... ja, okay, die Röhre war weird. Ich glaube, zwei Sterne ist so ein... die Schwierigkeit, auf der ich noch ganz gut funktioniere. Ähm, vier hat mich schon so ein bisschen abgeschreckt. Ach, jetzt gebe ich einfach mal ein bisschen was, aber für eine große lila Münze tue ich das doch gern, aber hä, gibt es hier irgendwo ein Elefanten-Update, oder? Warte. Ach, komm ich da hoch? Ach. Ja. Aber... Nur ein One-Up, aber... eine Yoshi-Kiste. Bitte. Ha. Secret on either Ecke, ich sag's doch. Lol, Tatsache, hier befindet sich auch ne... Oh nein, und da ist sie. Da ist Elefanten-Peach. Oh Gott. Man hat's ja schon früher gesehen, vor Release. Hat man die Artworks schon gezeigt, aber WTF ist das? Oh mein Gott. Okay, wir waren da schon vor der Blume rauf. Und hier haben wir sie dann im Vordergrund. Ja, gut. Ich dachte, ich hätte noch Wasser im Dussel. Ich hoffe, wir brauchen das abdreht. Jetzt nicht. So, Halbzeit. Eine Münze gefunden. Und der Rest befindet sich wo? Kann man hier irgendwie in Secret reinkommen? Man weiß es halt nicht, ne? Alles abchecken. sogar da, wo Piranha-Pflanzen rauskommen. Ich finde, dass Röhren-Design aber auch echt schön mit den Sternen drauf ist. Also, ja. Ich sage es in jeder Folge. Ich werde es in jeder Folge sagen. Und wenn dieses Projekt 50 Folgen haben wird, oder 100, ich werde es immer wieder erwähnen. Dieses Spiel schaut sowas von gut aus. So, geh du mal weg da. Hä, bewegen. Warte mal. Da kommt man nicht rein. Ne. Aber da sieht es halt wieder nach deinem Secret aus. Hä, was hat da gerade geleuchtet? WTF? Ist das schon wieder? Warum kriege ich diese Blöcke? Ist das irgendwie... Hä? Ich habe keine Ahnung, ne? Okay, ist hier nix? Ne? Okay. Okay, dann war da nur so ein halbes Secret. Hier gehen die Röhren wieder runter. Ah, guck mal, eine weitere Coin und damit haben wir sie alle. Sehr gut. Und wie komme ich jetzt... Hä, was hat jetzt diese Blume gemacht? Das ist irgendwas so aufgeploppt. Das ist nicht zu schwer. Schau mal, Elefantenpeach. Sag mal, sterbe ich, wenn ich hier... Oder will ich das Spiel mir zeigen, dass hier ein Secret ist? Ja, das ist ein Secret. Oh Gott, ich dachte schon. Ah, und hier ist der Wondersied. Let's go. Ich lieb das. Und die singen gerne wieder. Die machen den Spike Samba. Okay, das ist echt cool. WTF? Alter. Ja, du hast recht, das ist echt cool. Gut, wir genießen das, denn das Level haben wir quasi abgeschlossen. Wir brauchen nur noch die Flagpole und die kann ich halt auch noch nachher nachholen. Das ist kein Problem. und da ist der Seed. Jetzt muss man nur noch drankommen. Wie macht man das denn? Achso, der fällt runter. Alles klar. Und da ist diese eine Röhre, der sie wieder nach Hause bringt. Boah, ey, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Spiel. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gelacht. Also, ich bin hin und weg. Nach der Aufnahme muss ich leider weg, das ist ein bisschen traurig, weil ich würde gerne weiterspielen. Boah, ist das Spiel gut. So, wir haben dann noch ein paar Minuten. Fangen wir uns an die Drei Sterne ran. Vielleicht ist drei ja noch ganz angenehm. Aber zuerst kommt die Kampfparty Röhrenfels Arena. Was kommt denn jetzt schon wieder? Was muss Peach hier durchmachen? Experimentiere mit Power Röhrenfels und Abzeichen. Ja, das werde ich tun, aber bis jetzt haben wir noch nichts Gescheites gekriegt. Das Tor öffnet sich, wenn du alle Gegner besiegt hast. Bist du besonders schnell, hältst du zusätzliche Belohnungen und versuch es allein oder gemeinsam mit Freunden. Okay, das ist so ein bisschen wie eine Kampfarena bei Kirby, da gab es das immer. Einfach mal geklaut, sehr gut. Aber, hä, wo sind denn die Gegner? Muss ich hier rein? Da konnte man jetzt Elefant oder Feuerblumen nehmen. Ach so, und hier sind die Gegner. Ja, dann machen wir das mal ganz schnell. So, alles im Auge behalten, die schlafenden Goombas müssen weg, noch sechs. Okay, Augen offen halten. Weg mit euch. So, was ist eine gute Zeit? Das hier nicht, da sollte man nicht runterrennen. Wann jetzt? Sind wir fertig? Ne, eins von drei. Okay, es gibt drei Abschnitte. Unterschiedliche Gegner vermutlich auch, ja, hier gibt es Piranha-Pflanzen. Oh, die können rennen. Scheiße, das wusste ich nicht mehr. Komm, gib mir schnell eine Feuerblume. Und jetzt hau die alle weg. Oh, das hat aber auch Mario Bros-Vibes, ne, muss man schon so sagen. Okay, die sterben aber bei einem Treffer. Ja, in Ersten, wenn die in einem Rohr ankommen, gehen die halt zur anderen Seite. Aber das ist echt an Mario Bros angelehnt. Also an das allererste Arcade-Multiplayer-Game von Mario halt. Ihr kennt das, ne, wo man halt die Fliegen da zertreten muss und so. Und jetzt kommen die Dinger, aber wie besiegt man denn die? Ja, erstmal hinlocken und dann rennen die von ganz allein schon in ihr verderben, alles klar. Ja, jetzt hab ich kein Power-Up mehr. Das ist ein bisschen Belasto. Kann man die auch mit Stammvertage treffen? Nö, kann man nicht. Okay, der ist tot. Da ist noch einer. Und du gehst auch weg. Ach ja, die springen bei dieser Gap. Oh Gott, man, ich bin so ein Vollidiot. Das kann keine gute Zeit sein, oder? Auf für's erste Mal. Bye. Nee, wir brauchen 17 Sekunden. Okay, dann waren wir gar nicht so schlecht. Wenn man das Level kennt, dann muss ich das nicht einsam? Wenn man das Level halt kennt, dann weiß man halt, was man zu tun hat. Welche Gegner kommen, wie die Map ausschaut. Ah doch. Auch die dritte Coin können wir uns gönnen, aber das mache ich da ein andermal. Ihr habt es ja gesehen. Ja, und wenn ihr das sehen wollt, dann versuche ich das halt nachher nochmal. Schneide es rein. Und jetzt kommt Röhren, was? Röhren, Dickschicht im Sumpf. Okay, das ist ein ganz normales Level. Hat aber drei Sterne. Also Vorsicht. So, die Gegner sind auch neu, verhalten sich wie Koopas, können allerdings an Wänden entlang klettern. Ja, das war, das war abzusehen. Ah, die Schriftzüge, ne? Die sind auch so gut. Brauchen wir den Elefanten? Ich glaube schon, wir brauchen den Elefanten. Achso, um die Röhren hier zu verschieben. Alles klar. Das kann man auch töten. Mhm. Röhren verschieben. Hammer, Bruder. Was ist da drin? Nix! Warte, warte, warte. Hier muss irgendwo was sein. Da hinten ist ein Secret. Oh. Die Röhre ist falsch. drauf. Nein, da musste man rein. Er hat die Röhre verschoben, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Da musste man irgendwie aufpassen, was der Tut da macht. Achso, mit dem Elefanten wäre man vermutlich stärker gewesen. Dann hätte man den halt, schützen können. Ähm. Ja, genau. Da hatte man die Röhre halt schützen können. Ich muss den hier töten, ne? Damit ich da wieder ein Secret rauskriege. Ja, genau, genau. Siehste? Dann sitzt die Röhre da drauf. Okay, ja, das habe ich halt. Ja, man weiß halt nicht, was passiert in dem Spiel, Es kann halt alles passieren. Man ist auf nix irgendwie vorbereitet. Ja, mit der Schwierigkeit kann natürlich auch Rätsel-Spaß gemeint sein, ne? Es kann ja, muss ja nicht immer Todes-Kaizo-Mario sein. Es kann natürlich auch ein angenehmes Level sein mit schwierigen Elementen. So, warte. Ich kann die Röhre verschieben, ne? Aber wie kriege ich die da hoch? Gibt es da vielleicht noch hier? Ach, ja, 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 okay, das Rätsel ist easy. Oh mein Gott, schiebe Rätsel in Super Mario Bros. Wer hätte das gedacht? Ja, so. Aber ich könnte jetzt nochmal zurückrennen, ne? Theoretisch. Das ist der Wondersit. Nee, wobei, jetzt wird der sofort aktiviert und wir bekommen wieder die Schlangenröhre. Ich bleib mal auf der sitzen, keine Ahnung. Das freut mich, du Blume. Och Gott, Vorsicht, ich weiß nicht, was der macht. Geht der wieder zurück? Ja. Man weiß es halt nie. Ah! Komm ich da noch rüber? Ja. So, das hier benetzen. Ich vermisse irgendwie so Zehner-Coins. Wir haben noch keine einzige gefunden, kann das sein? Ja, weiter so, aber... Ah, jetzt geht es in den Hintergrund. Da ist auch eine. Sehr gut. Aber verpasse ich jetzt nicht meinen Anschluss? Nee, es kommt immer wieder eine neue. Ja. Wild, auf jeden Fall. Wild. Und hier ist das Ende dieses Wanderseeds, aber wenn man das nicht einsammelt, dann ist vielleicht hier noch ein Secret. Keine Ahnung, aber hier ist das Ziel und da holen wir uns wieder ein Wunderbar raus. Sehr schön. Ah, und die Zeit ist schon wieder oben, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Gut, im nächsten Part holen wir dann den Rest nachher im Untergrund. Bis dann und tschüss. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.